Der Sumoringa macht, will mit seiner großen Körpermasse Angst einflößen, in den Kampf treten. Der Ninja, er kommt und tötet lautlos und schnell. Hyundai möchte diese beiden Kämpfer, was eigentlich fast schon unmöglich ist, miteinander vereinen. Wie, das sage ich euch ganz genau und ihr müsst dann entscheiden, ob ihr das für eine gute Strategie haltet. Fakt ist, ich zeige euch mit dem Hyundai Ioniq 5N das erste Elektroauto, das einen manifesten Punkt in der Kritik gegen Elektroautos komplett niederbügelt. Das sind nämlich die Leute, die immer, verständlicherweise, als performante Fahrer sagen, hey, mir fehlt einfach das Getriebe. Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, kein Problem. Wie das funktioniert, das ist wirklich erstaunlich. Und was Hyundai hier noch so gemacht hat, um daraus wirklich einen End zu machen, das werde ich euch hier genau erklären, denn hier geht es nicht nur um ein Badge und ein bisschen mehr Motorpower, so wie das halt oft in der Elektromobilität ist. Selbst kleine Autos können extrem schnell beschleunigen. Nein, hier hat man das ganze Konzept komplett umstrukturiert und neu gedacht, damit Performance auch wirklich Performance ist. Und genau deswegen habe ich auch dieses T-Shirt angezogen. Keine Macht der Schildkröte, denn hier ist Schildkröte definitiv nicht das Motto. Also umso lustiger, wenn ihr so ein T-Shirt tragt und so ein Auto fahrt, schaut vorbei im Onlineshop, wie U-Baumwolle ist. Also ziemlich cool. Abonniert den Kanal, das freut mich auch sehr. Und dann legen wir jetzt los mit dem, finde ich, im Performance-Bereich, Highlight des Jahres in der Elektromobilität 2023, dem Hyundai Ioniq 5N. Herzlich willkommen. Es gibt ja solche Elektroautos und solche Elektroautos. Elektroautos sind alle schnell. Da sind wir uns einig. Immer schneller als die Verbrenner. Zumindest von 0 auf 100. Dann später schaut es anders aus. Da wird die Luft dünner für den Elektro obenrum. Das soll bei dem hier nicht so sein. Gleich kommen wir zu den ganzen technischen Spezifikationen. Wenn der hier aber zu sehr drüber für euch ist oder auch zu teuer, zu den Preisen kommen wir dann auch noch. Wobei ich finde, zu teuer kann man jetzt im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht sagen. Aber wie gesagt, falls euch das zu viel ist in jeglicher Hinsicht, könnt ihr auf Evium natürlich auch mehr Basic-Autos finden. Völlig egal, ob Tesla oder ein Smart-Angebot haben wir jetzt drin. Das ist so ein ganz besonderes Leasing-Angebot. Schaut dort mal vorbei. Da findet ihr natürlich auch den normalen Ioniq 5 ohne das N. Ein bisschen bodenständiger, günstiger, vielleicht auch mal gebraucht oder halt als Vorführer ohne Lieferzeit. Da findet ihr das auf Evium. Und der Hyundai Ioniq 5 ist letzten Endes, wenn man mich fragt, was war das Auto mit dem größten Wow-Effekt bisher in deiner YouTuber-Karriere, eines dieser Fahrzeuge. Ich habe ihn vor zwei Jahren als einer der ersten als Vorserien-Fahrzeug nach Hause geliefert bekommen. Da hatte ich drei Stunden Zeit. Viele von euch haben vielleicht das Video gesehen. Ich habe alles rausgeholt, was ging in dieser Zeit. Ladetest habe ich gemacht. Das erste Mal ein Mittelklasse-Auto mit 800 Volt. Ladesystem, das war sensationell. Und dann, als er da um die Ecke gebogen kam, das war ein krasser Wow-Effekt. Ich hätte das nicht erwartet. Und letzten Endes ist dieser Wow-Effekt ein bisschen abgeebbt, weil es viele andere Wow-Effekte seitdem gab. Und aber auch im positiven Sinne, weil dieses Auto mittlerweile sehr oft im Straßenbild zu sehen ist, der Ioniq 5. Der wird super gut verkauft. Und ich wage sogar zu behaupten, dass die meisten Zuschauer, die uns ansprechen an der Ladesäule, so am häufigsten Ioniq 5-Fahrer sind, oder? Kann man so sagen? Ja, viele andere Ladesäule mit Ioniq, ja. Das ist deswegen, weil er halt so gut verkauft wird. Dann kommen Tesla-Fahrer, überraschenderweise, die einen ansprechen, Selfies wollen und sagen, hey cool, ich gucke deine Videos. Und dann erst kommen solche Sachen wie Mercedes, BMW und Co. Der Ioniq 5 ist auch öfters im Straßenbild zu sehen als der Kia EV6. Was vielleicht daran liegt, dass er im Design auch etwas wild ist natürlich. Durch dieses Pixel-LED und so diese Kantigkeit, dieses Retro-Design. Damit hat ja Hyundai total die Lanze gebrochen. Aber trotzdem weniger wild und experimentierfreudig als der Kia EV6. Würde man mich jetzt fragen, welchen nimmst du, wüsste ich es nicht. Ich müsste eine Nacht drüber schlafen. Sind ja Plattform-Brüder, E-G-M-P-Plattform. Hyundai ist da ja der Geber. Und Kia und Co. sind die Nehmer. Genesis zum Beispiel. Wenn wir aber über die Performance-Varianten sprechen, da gibt es ja noch den Kia EV6 GT. Jetzt kommt der N. Dann würde ich den N nehmen von Hyundai. Warum? Das erzähle ich euch jetzt. Weil, wer Performance liebt, dem sind Dinge wichtig, die über Beschleunigungswerte hinausgehen. Also, was ist mit den Leuten, die tatsächlich Trackdays machen? Auf die Rennstrecke fahren. Oder einfach gern mal so dynamisch fahren, dass sie wollen, dass die anderen Komponenten darauf abgestimmt sind. Weil wir gerade schon über den Smart gesprochen haben auf Evium. Da gibt es ja den Smart Hashtag One Brabus, den wir ja auch haben, also den meine Frau fährt. Klar ist der longitudinal sehr schnell. 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Aber das Auto ist nicht darauf abgestimmt, dass du damit irgendwie mal längere Zeit auf den Track fährst. In den Kurven, Kurvenstabilität, Verstärkungen und angepasste Kühlungssysteme und so weiter und so fort. Das ist da nicht so und das ist bei den meisten Elektroautos nicht so. Hier schon. Also hier hat man komplett das Ganze umstrukturiert in jeglicher Hinsicht. Und damit kommen wir jetzt mal zu den Performance-Daten und dann zu den technischen Aspekten, wie Hyundai hier gearbeitet hat, um daraus wirklich einen Racer zu machen. Und zwar nicht einen Racer wie M-Performance-Modelle bei BMW, sondern wie richtige M-Modelle. Es ist ein Unterschied, ob du einen M340i kaufst oder einen richtigen M3, weil die Komponenten einfach ganz anders sind. Eher mehr auf Belastung ausgelegt und mehr Steifigkeit und sowas. Hier kommt der Hyundai wieder erwarten mit tatsächlich 65 PS mehr als der Kia EV6 GT. Der EV6 GT hat 585 PS, ist ja schon eine Bestie. Habe ich auch schon auf dem Track gefahren im Rahmen meiner TV-Produktion. Wahnsinn. Also das Ding ist schon echt krass. Das soll nochmal schärfer sein. 650 PS, 650 PS für ein Auto wie dieses hier ist schon echt brutal. 770 Nm Drehmoment. Hätte ich echt nicht erwartet. Ich dachte, er ist so auf Level des Kia EV6 oder vielleicht sogar ein bisschen drunter. Weil eine Weile lang war ja der Ioniq 5 unter dem Kia, weil er zwei Batteriemodule weniger hatte bis zu dem Modelljahr 2023 und dadurch auch weniger Leistung. Erst später kamen dann die 325 PS, so wie das beim Kia ja schon von Anfang an war. Deswegen überrascht es schon sehr, dass der hier jetzt mit so einem Datenblatt um die Ecke kommt. Der Akku, der diese Power liefert, ist jetzt größer. Es ist die EGMP Akku-Plattform vierter Generation, so heißt das, und bietet, und da war ich auch schon ziemlich überrascht, als ich mir das Datenblatt angeguckt habe, 84 Kilowattstunden. Das ist ein Brutto-Wert, den Netto-Wert, da hat man irgendwie gelächelt und mit den Zähnen geknirscht, wollte man mir irgendwie nicht sagen. Wir sprechen aber, ich vermute mal so von ungefähr 5, 6, 7 Kilowattstunden netto mehr, den dieser Wagen hat, denn mehr Leistung braucht auch mehr Akku. Und genau das hat er eben mit diesen 84 Kilowattstunden. Ob du jetzt damit weiterkommst als mit dem normalen Ioniq 5, das vermag ich jetzt nicht zu behaupten, ich vermute mal auch eben nicht, weil wir ja auch mehr Leistung haben, wir haben größere Reifen, dazu kommen wir jetzt. So wird sich das wahrscheinlich, ja, ausgleichen vielleicht, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr damit jetzt weiterkommen werdet. Aber es steht ja bei diesem Auto gar nicht im Fokus, weil wer einen BMW M4 kauft oder einen C63S AMG, der sagt auch nicht, boah, jetzt schaffe ich aber 70 Kilometer weniger auf der Autobahn als mit einem normalen Sechszylinder-BMW oder Mercedes. Also das steht hier nicht im Vordergrund. Und dieses Auto ist für all diejenigen, die bisher die Finger von der Elektromobilität gelassen haben, weil sie eben gesagt haben, ich will nicht nur geradeaus beschleunigen, ich will in Kurven fetzen, ich fahre auf Trackdays, ich möchte, dass der Wagen einfach richtig dreckig kommt und so lange kommt, wie ich das will und gegensteuere und im Drift bleibe. Und natürlich auch die Schaltvorgänge. Das ist das Krasseste, das möchte ich mir so ein bisschen als Highlight aufheben, weil mich das extrem beeindruckt. Was hat man hier geändert? Ihr seht schon, also hier sind Modifizierungen vorgenommen worden, nicht zuletzt natürlich Farbakzentuierungen, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern natürlich auch im vorderen Bereich eine optimierte Kühlung. Optimierte Kühlung, mehr Leistung braucht mehr Kühlung, das heißt Motorölkühlung wurde adaptiert oder modifiziert, beziehungsweise angepasst und dann natürlich auch die Batteriekühlung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und mit Batteriekühlung wird bei diesem Auto sehr, sehr viel gearbeitet. Das heißt, hier hinter den verschlossenen Türen sozusagen sieht es anders aus als beim normalen Ioniq 5, denn hier sind einfach, wie gesagt, diese überarbeiteten Elemente, die ich euch gerade genannt habe. Und dann natürlich, also nicht zuletzt dadurch, dass hier ein größerer Lufteinlass ist, der auch mitarbeitet, wie ihr seht, ist das jetzt geschlossen, öffnet sich, um eben mehr Luft an die Motoren zu führen. Ja, Motorrenn logischerweise vorne und hinten, den normalen Ioniq 5 gibt es ja wahlweise mit Heckantrieb oder mit Allradantrieb mit 58 Kilowattstunden oder mit 77,4 Kilowattstunden. Da hat der Kunde also Spielraum. Hier ist es so, hier kriegst du natürlich nur den großen Akku und nur einen Allrad, sonst kommst du ja gar nicht auf die Leistung. Das zunächst einmal. Dann wurde die Lenksäule verstärkt, ja, eine N-spezifische Lenkstange eingearbeitet, um eben ein ganz anderes Kurvenverhalten herbeizuprovozieren. Das brauchst du nämlich. Du brauchst hier ja mehr Steifigkeit, wenn du den Wagen forderst, als jetzt beim normalen Ioniq 5, der ja schon dann auf jeden Fall schwammiger ist, definitiv. Eigens entwickelte Felgen, aber auch Reifen, das sind Pirelli P Zero. Und die sind extra angepasst für das Fahrzeug. Beim Elektroauto ist das natürlich wichtig. Durch das ganze Drehmoment, durch das Gewicht müssen das natürlich spezielle Reifen sein. Zwei 75er, 35 auf 21 Zoll. Und das ist dann doch schon eine Größe, was nicht zuletzt dafür sorgen wird, dass ihr natürlich weniger Reichweite habt dann als beim normalen Ioniq 5. Wenn wir jetzt Richtung Mercedes EQS Brabus denken, da ist ja das Paket, das ist ein schöner Vergleich, das Brabus-Paket sorgt ja für bis zu 7% mehr Effizienz. Durch das Kit, durch die aerodynamischen Anpassungen am Bodykit und natürlich auch dadurch, dass der Wagen tiefer ist. Der hier ist auch tiefer, der hier hat auch aerodynamische Anpassungen, aber es gibt halt nun mal keinen normalen Ioniq 5 mit dieser Reifengröße. Das heißt, es gibt keinen Vergleichswert zu einem Nicht-N mit dieser Reifengröße. Deswegen wird dieser hier halt wahrscheinlich eben ein bisschen weniger Reichweite haben. Also auch hinten genau dieselbe Reifengröße ist keine Mischbereifung. Hier haben wir noch mal diese Lufteinlässe. Das ist übrigens auch eine exklusive N-Farbe. Das ist so ein Blau-Matt. Es gibt ihn noch mal als Shiny, also nicht als Matt, sondern eben glänzend. Ich finde gerade dieses Matt natürlich extrem schön. Also ihr seht schon, hier wurde einiges optisch gemacht. Er sieht wilder aus. Er ist schon ein bisschen jugendlicher geworden, weniger seriös natürlich, aber das soll er auch nicht sein. Nein, wir haben 360 Millimeter Bremsscheiben hinten, 400er vorne. Also die Bremsen wurden auch angepasst. Das sind auch die größten Bremsscheiben, die Hyundai jemals in einem Pkw verbaut hat, weil dieses Auto das natürlich braucht. Und so ist auch das Bremssystem angepasst, weil man könnte jetzt hier sagen, gut 650 PS ist schon echt heftig. Warum nicht eine Carbon-Keramik-Bremsanlage? Das ist jetzt in diesem Preissegment, will ich sogar fast sagen, gar nicht üblich, weil Carbon-Keramik-Bremsen den Preis nochmal, also in dieser Region fast um 10% anheben würde. Man hat hier eine andere Strategie sich ausgedacht und das ist, dass eben das regenerative Bremsen in die Performance mit einarbeitet. Das heißt, dieses Auto bremst bis 0,6 G über das regenerative Bremsen, also über die Rekuperation. Und auch bei dynamischem Fahren hast du somit eine Unterstützung der Bremskraft, die on top kommt. Und erst wenn du über 0,6 G bist in der Bremskraft, schalten die mechanischen Bremsen dazu. Zum Vergleich, ein Audi e-tron hat 0,3 G. Das heißt, alles was über 0,3 G ist, dann kommt die mechanische Bremse dazu. Hier sind es 0,6. Und das bedeutet auch, dass du, wenn du vom Gas gehst, eine starke Bremsleistung schon hast, eine viel kräftigere als üblicherweise bei Elektroautos, die dich schon mal kräftig abbremst und die dir schon mal auch hilft, durch dieses Abbremsen dann eben zum Beispiel Drifts einzuleiten. Vor allem, wenn du dann noch mit der mechanischen Bremse zuarbeitest. Also das ist das, wie man sich gedacht hat, eine Carbon-Keramik-Bremsanlage nicht zu verbauen oder sich das besser gesagt zu sparen. Ja, ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so vom Design findet, ganz speziell im Vergleich mit dem Kia EV6 GT. Der wiederum, bei dem fährt man die Strategie, der hat die gleiche Karosserie wie der normale Kia EV6 mit GT-Line, bis auf die Felgen, die Bremsen und die Sitze. Hier kriegst du tatsächlich ein N-Paket, wie du das so halt für den normalen Ioniq 5 nicht kriegst. Nach wie vor sind wir hier natürlich in der Welt des 800-Volt-Ladesystems mit Vehicle-to-Load. Das heißt, du kannst hier natürlich auch, wie wir das schon vom Ioniq kennen, ein, egal was, betreiben, zum Beispiel ein Elektrogrill oder ein Fernseher. Wir kennen ja die ganze Geschichte schon, wurde ja schon oft genug ausprobiert. Mit so einem zusätzlichen Adapter passiert das. Und du kannst 11 kW AC laden, also Wechselstrom, was ungefähr 7,5 bis 8 Stunden bei dieser neuen Batteriegröße sein sollten. Auch an der Wallbox ganz speziell ist das natürlich interessant. Ist natürlich für ein Vorteil, wenn ihr eine habt, also eine Möglichkeit zum Laden zu Hause, wenn ihr ein Elektroauto fahrt, denn dann wird ein Schuh draus, logischerweise. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, mit 11 kW laden oder eben über 800 Volt mit bis zu 240, habe ich schon gesehen. 250 sogar manchmal schon bei einigen Screenshots von Nutzern, die an 800 Volt Ladesäulen, zum Beispiel von Ionity an den Säulen, da kannst du natürlich 800 Volt ziehen. Wenn du da ansteckst bei einem niedrigen State of Charge, kriegst du schon mal gut die 245 kW Ladepeak drauf. Resultiert auch hier in 18 Minuten von 10 bis 80 Prozent, geht also sackschnell. Wenn die Temperatur stimmt und die Vortemperierung wurde ja auch angepasst mit dem neuen Modelljahr, sollte das eigentlich gar kein Problem sein, dass ihr das hoffentlich auch im Winter schafft. Müsst ihr mal jetzt ausprobieren, da könnt ihr natürlich auch eure Erfahrungswerte jetzt mal in die Kommentare reinschreiben. Und wenn das jetzt euer erster Wechsel auf ein richtig performantes Elektroauto ist, dann braucht ihr natürlich eine Wallbox und die kann ich euch empfehlen. Das ist nämlich die Keba Green Edition, die ich habe, weil Green wird hier auch groß geschrieben und deswegen ist es natürlich gut, wenn auch die Wallbox zu Hause eine Green Edition ist. Gibt es auch als Dienstwagen-Wallbox von Keba, über 400.000 Mal schon verbaut, diese Wallbox. Keba ist da ja ein sehr bekannter Wallbox-Hersteller, also ist bei den Top-Großen mit dabei, verlinke ich euch unten in der Beschreibungsbox. Und da könnte man natürlich in Deutschland weiterdenken und sagen, wenn ihr eine Photovoltaikanlage habt, ist es natürlich geil, wenn ihr Strom aus dem Akku ziehen könnt und euren Hausstromspeicher laden, so wie ich. Ich habe ja 10,4 Kilowattstunden im Keller einen BYD-Akku, den mir Citrin-Solar hingebaut hat, von dem ist meine Photovoltaikanlage. Und es wäre natürlich geil, kann ich mit meinem Mercedes nicht. Und das geht ja auch in Deutschland nicht aus so steuerrechtlichen Gründen. Wenn du halt geladen hast, natürlich klar, wenn ich kostenlos an Ionity lade, im ersten Jahr mit meinem Mercedes und nach Hause fahre und die Energie in meinen Hausstromspeicher einspeise, dann habe ich natürlich indirekt Steuern hinterzogen letzten Endes. Aber genau deswegen haben die Asiaten dieses bidirektionale Laden auch eingeführt, weil sie gesagt haben, falls mal Stromausfälle kommen und viele Leute elektrische Fahrzeuge haben, dann kann man auch mit diesem bidirektionalen Laden natürlich auch das Stromnetz so ein bisschen ausbalancieren. Weil der dient ja dann so als Stromlieferant in dem Moment, wenn man ihn dann so ansteckt. Hier ist die Heckansicht. Und lustigerweise ist dieses Auto normalerweise 4,63 Meter lang und damit kürzer als ein ID.4 und kürzer als ein Enyaq. Hier ist es aber nicht so bei der N-Variante, weil durch diese zusätzlichen Karosserieteile vorne und hinten wächst er um satte 8 Zentimeter und misst jetzt nunmehr 4,71 Meter und ist damit länger als der Enyaq und der ID.4. Obwohl die größer aussehen und auch größer sind mit dem Kofferraum, ist es tatsächlich so, dass der hier länger ist. 5,5 Zentimeter sind es hier hinten durch dieses Anbauteil und 2,5 Zentimeter sind es vorne. Und wenn man die beiden Werte addiert zu den bisherigen 4,63 Meter, dann kommt man halt eben auf 4,71 Meter. Also schon beeindruckend. Eine schlechte Nachricht für allejenigen, die sowas fahren wollen und etwas ziehen wollen, weil der Ioniq 5 ja in Sachen Anhängelast ziemlich gut ist, mit 1,6 Tonnen, das fällt hier weg. Das ist ein Performance-Auto. Nicht zuletzt durch den Diffusor ist das leider nicht möglich. Also von der Anhängelast müsst ihr euch leider in diesem Fall verabschieden. Wie findet ihr das Heck? Sagt es mir doch mal. Ich finde es genau so, wie es sein muss. Er hat genau die Aggressivität, die ein Auto mit dieser Power braucht. Leider ist in der Elektromobilität alles so momentan ein bisschen so niedergelutscht. So, dass man sagt, so ja, viel Power, aber man soll es nicht sehen. Bestes Beispiel sind ja die Tesla-Modelle, die unfassbar viel Power haben. Auch das Plaid und sieht auch geil aus. Aber es sieht halt nicht aus wie 1020 PS. Oder das Model 3 Performance sieht halt nicht danach aus, was es kann. Und dieses progressive, etwas zurückhaltende nervt halt immer so ein bisschen, dass man sich da nicht etwas traut. Und Hyundai traut sich und ballert hier einfach diese Anbauteile. Die sagen, hey, wenn dir das nicht gefällt und wenn dir das zu pollig ist, dann kauf es halt nicht. So, ganz einfach. Aber ein Auto mit 650 PS soll verdammt nochmal auch so aussehen. Ob er jetzt nach 650 PS aussieht, weiß ich nicht, tut er glaube ich nicht. Da sind wir von den Verbrennern zu sehr verwöhnt, wo auch schon Autos mit 450 PS riesige Carbon-Hackflügel haben und Co. Das hat man sich hier gespart. Man hat hier das, auch aus dem Formel-1-Bereich, diesen Heckspoiler. Hier mit der Kamera für den digitalen Innenspiegel, also für den digitalen Rückspiegel. Und hier dann natürlich nochmal das dritte Bremslicht. Sieht cool aus. Und auch dieses Pixel-LED, das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Mir war der Ioniq 5 bis jetzt so ein bisschen zu brav, merke ich gerade, wenn ich mir den hier angucke. Thema Kofferraum. Mal abgesehen davon, das erinnert es so ein bisschen hier an Renault 5. Oder an den Alpine A290, den wir vor kurzem präsentiert haben. Sieht so ein bisschen Renault-mäßig aus. Das hat auch gar keine Funktion. Also wenn ihr mich das als nächstes fragen würdet, das ist einfach nur eine visuelle Verbreiterung. Weitere Verkantung, damit der Wagen einfach ein bisschen aggressiver von hinten wirkt. Mit dieser orangenen Akzentuierung sieht halt einfach echt verdammt geil aus. Kofferraum. Da habe ich jetzt mal ein bisschen eine schlechte Nachricht, mal kurz für den Moment. Wir haben gerade einen netten Zuschauer getroffen bei Ionity in Ingolstadt. Der war Ioniq 5 Fahrer und er hat gesagt, ich liebe das Auto, aber wenn ich mit meiner Frau verreise, nicht mit Kindern, mit meiner Frau, müssen wir die Rückbank umklappen. Klar, er hat auch erzählt, dass er Weine und sowas holt, aus Italien und so ein Zeug. Wenn ich da mal drei Kisten Wein rein tue und mit dem Gepäck, klar, aber das ist halt die individuelle Nutzung. 527 Liter hat der Ioniq 5 ja normalerweise. Hier haben wir aber ja einen größeren Motor hinten, einen performanteren Motor und natürlich auch die Verstärkungen. Das ganze Fahrwerk ist ja verstärkt für diese Leistung und für auch das, was der Einsatzzweck dieses Autos ist. Und dadurch sind da halt Komponenten, die ein bisschen Kofferraumvolumen nehmen und von den 527 Litern schrumpft das Ganze auf 480 Liter. Würde ich jetzt so visuell gar nicht mal sagen, weil es sieht mehr aus, finde ich, weil es schon eine große Fläche ist. Ich finde, man kann zu zweit schon mit diesem Auto verreisen. Hier drunter haben wir aber nichts. Das seht ihr auch, da muss der Francesco gar nicht die Kamera anwinkeln. Hier gibt es nichts. Hier in der Mitte ist halt nochmal so ein Teil. Ihr müsst, falls ihr hier irgendwas seht, was euch nicht gefällt, das ist nicht die finale Version. Hier werden noch einige Teile von Hartplastik auf wertvolleres Material geändert. Hier könnte man sogar, wenn man diese ganzen Fake-Kennzeichen, ich weiß nicht, ob die so illegale Straßenrennen machen mit den Autos, sondern die Kennzeichen wechseln oder sowas. Auf jeden Fall passt hier wohl ein Typ-2-Kabel rein. Der Juice Booster nicht. Performantes Auto, performantes Ladegerät für unterwegs. Der Juice Booster 3R. Super robustes Ding. Plus 50 Grad, minus 30 Grad könnt ihr das nutzen, wenn ihr unterwegs seid. Mit dem ist man ja vielleicht mal irgendwo außerhalb. Rote Industriesteckdose, zack, drangesteckt. Könnt ihr mit 11 kW laden. Das ist schon eine ziemlich geile Sache. Und könnt ihr auch als Wallbox nutzen. Verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Falls ihr keine Wallbox wollt und sowieso was für unterwegs haben möchtet, dann kann das auch als Wallbox-Ersatz dienen, weil es ja auch Lastmanagement kann und App-Anbindung und das ganze Zeug. Wie gesagt, verlinke ich euch unten. Also der Kofferraum ist halt, wie er ist. Man kann hier natürlich dann logischerweise erweitern, indem man die Rückbank umklappt. Das kennen wir schon vom Hyundai. Darauf wollen wir auch gar nicht so wahnsinnig genau eingehen. Jetzt kommen wir zu Punkten, die extrem beeindruckend sind, die ich euch von innen zeigen möchte. Nämlich alles, was mit Batterietemperatur zu tun hat und Performance, wenn man wirklich mal auf die Rennstrecke fährt. Wie gesagt, es ist nicht nur so, hey, du beschleunigst jetzt in 3,4 Sekunden, wenn du über Launch Control startest, sondern wie schaut es eigentlich aus, wenn ich die Power in den Kurven brauche? Wenn ich aus Kurven raus beschleunige? Wenn ich das Maximum aus dem Auto rausholen möchte? Ganz speziell beim Elektroauto ist das Thema Batterietemperatur natürlich ein ganz, ganz wichtiges. Ist die Batterie zu heiß, bist du zu kalt. Weil dann kannst du nicht mehr das abrufen, was das Auto kann. Deswegen ist Batterietemperaturmanagement ganz, ganz wichtig. Bevor wir uns aber in den Innenraum begeben, ist euch sicherlich schon aufgefallen, was ist auf die Heckscheibe gewandert? Richtig, ein Heckscheibenwischer. Da freuen sich viele, die das kritisiert haben und gesagt haben, nein, diese Konstruktion sorgt leider nicht dafür, dass es nicht drauf regnet und dass es nicht verschmutzt. Ich sehe nichts durch das Heckfenster und kann nicht wischen. Das kannst du jetzt schon. Das kriegt der normale Ioniq 5 jetzt dann auch. Aber der N debütiert sozusagen mit diesem Heckscheibenwischer. Ich persönlich vermisse sowas nicht. Ich nutze keine Heckscheibenwischer. Warum? Wenn du hier Staub drauf hast und man den Wagen gar nicht so schmutzig sieht, obwohl er schmutzig ist und einmal wischst, dann hast du hier sozusagen saubere Fläche im Wischbereich und seitlich sieht man den ganzen Staub. Auch bei Regen, wenn der Wagen leicht nass ist und du wischst, dann sifft ja, also das ist für Leute, die halt irgendwie saubere Autos mögen und so gerne waschen und sauber dastehen haben, dann sifft ja das, was der Scheibenwischer wischt an Flüssigkeit, also an Regen und schmutzigem Regen hier runter und dann fließt das hier so runter. Deswegen habe ich nie, also ich würde nie einen Heckscheibenwischer vermissen, weil ich ihn einfach generell nicht nutze oder halt bestenfalls gar nicht erst habe. Also, was sagt ihr zu der Optik? Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Innenraum, da wurde nämlich auch vieles verändert, wie ich finde und das ist auch eine interessante Kiste. Wollen wir vielleicht uns nochmal kurz, bevor wir uns nach innen begeben, den Frank-Check machen, weil das ist ja doch immer wieder eine Frage, die viele von euch stellen. Wie schaut es aus mit dem Frank? Das ist nicht der Ingenieur, der Frank heißt, sondern Frank ist der Front Trunk, der vordere Kofferraum beim Elektroauto und was sehen wir hier? Wir sehen hier keinen. Der wurde einfach mal gekillt, offensichtlich. Warum? Ja, größerer Motor. Brauchst halt ein bisschen mehr Hardware und dadurch geht das verloren, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Für die Kunden, die sich dieses Auto kaufen, geht es nicht darum, schmutzige Sportschuhe, so wie das der Alex Bangula von Elektrisiert macht, dort zu platzieren, Vorserie, deswegen geht es nicht zu, sondern halt eben, bei dem Auto will man die Leistung abrufen. Ich will jetzt hier nicht so viel rumdrücken, damit es nicht kaputt geht. Wie gesagt, das Vorserie, denkt euch dabei nichts und auch beim Innenraum muss ich einige Dinge anmerken, die Vorserie sind. Ansonsten gucken wir uns den jetzt mal an und der ist spannend. Kommt mit auf den Beifahrersitz. Entschuldigt bitte die Lüftung im Hintergrund, das ist hier verdammt warm. Ich kann ohne Lüftung nicht so schwitzig wie ein Schwein. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, Green, also Grün, als ich über die Wallbox gesprochen habe, ist bei Hyundai auch wichtig, deswegen ist sehr viel im Innenraum recycelt. Ihr kennt das ja, zum Beispiel eben ökologisch hergestelltes Leder oder Fischernetze, naturgegerbte Geschichten und all das ganze Zeug, Zuckerrohr und sowas. Also, es ist wirklich sehr viel Recyclingmaterial. Und was ja auch neu ist, ist diese Konsole. Also, ihr seht, das sieht komplett anders aus und es ist schon wirklich geil. Ich finde das schon mega, dass du hier halt so ein bisschen so einen Racing-Arbeitsplatz hast, nicht zuletzt durch dieses fantastische Lenkrad. So kann man Plastik halt auch machen. Ist Plastik, sieht aber echt fantastisch aus. Und anstatt Hyundai oder beziehungsweise diese Punkte hat man hier das N-Logo hingemacht, damit man sieht, das hier ist ein Rennauto. So, mit diesen zwei Knöpfen hier und dann natürlich hier noch, das ist der Boost-Knopf, mit dessen Hilfe ihr auf die 650 PS für 10 Sekunden kommt. Und dann könnt ihr nach kurzer Wartezeit, also wir sprechen über Sekunden, wieder aktivieren und habt dann wieder diese 10 Sekunden. Das ist zum Beispiel, wenn ihr in die Kurve fahrt, auf der Rennstrecke und sagt, hier möchte ich gleich nochmal fett rausbeschleunigen mit Maximum Power, weil ihr gerade kommt. Dann macht ihr das mit dem Boost-Knopf und dann halt bei der nächsten Kurve wieder und so weiter und so fort. Es gibt einen Drive-Mode-Knopf und jetzt kommen wir gleich zur krassesten Sache überhaupt. Hier sind die Schaltwippen für die Rekuperation, Stufe 1, 2, 3 bis zu diesem 0,6 G, wie gesagt, zu der starken Rekuperation. Und ich schalte mal hier ein bisschen noch wärmer, sonst erkälten wir uns. Das Lenkrad fühlt sich auch wahnsinnig geil an, haptische Tasten, so lobe ich mir das. Alles selbsterklärend für den Highway Assist und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles uninteressant, wir reden ja hier über die Änderungen. Und das Ganze ist wesentlich dunkler, wir haben hier Black Panel, das finde ich auch sehr gut. Ich finde das Weiß beim Hyundai Ioniq 5 ehrlich gesagt nicht so schön. Ich finde das Dunkle besser, weil der Bildschirm mehr mit seiner Umgebung verschmilzt. Jetzt kommen wir mal auf den Hauptaspekt, Leute. Das ist einmal dieser N-Bereich hier und natürlich der Tacho hier. Schaut mal, was wir hier haben. Das habe ich doch gerade erst bei meinem Auto gelobt, bei AMG Mercedes Elektro. Hast du ja Motor- und Batterietemperaturanzeige, das hast du hier auch. Hier siehst du 27 Grad Batterietemperatur und da spielt die Musik bei Hyundai bei der Batterietemperatur, komme ich gleich dazu. Und hier Front Engine, Rear Engine, vorderer Motor, hinterer Motor, das sind die Temperaturen. So, jetzt gehen wir mal hier rüber auf das andere Display, denn hier gibt es verschiedene Modi. Und zwar habt ihr hier einen Drift Optimizer, dass du halt einfach besser driften kannst. Der hält euch länger im Drift, indem er dann halt einfach elektronisch interveniert. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Wer wirklich gerne richtig driften will, der schaltet einfach das ESP aus, was du hier ja auch kannst. Und driftet dann selber einfach so richtig geil, wie man das halt macht, ohne Hilfe. Also Drift Optimizer, ja, kann man machen. Aber wer wirklich richtig fahrerisches Können abrufen und spielen will, der macht das halt auf einer Strecke ohne Drift Optimizer. Und driftet selber, so wie es halt geht, mit abgeschaltetem ESP. Wir haben auch hier das E-LSD, also das elektronische, na, das gibt es noch nicht, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Also das E-LSD ist ja kein mechanisches Sperrdifferenzial, genau, sondern ein elektronisches Sperrdifferenzial für die Hinterachse, so dass dann das Drehmoment, also die Kraft hinten verteilt wird, je nachdem, wo es das eben braucht. Das hat der Kia EV6 GT auch. Hier ist aber alles nochmal komplett separat angepasst. Nicht zuletzt die Geschichte mit der Batterietemperatur. Und da sehen wir diesen Button. Also sowas gibt es in keinem anderen Elektroauto, dass du so separat auf die Akkutemperatur zugreifen kannst, beziehungsweise sie beeinflussen kannst. Drag Mode. Wenn du auf Drag Mode gehst, heißt das, dass das Auto jetzt die Batterie so vortemperiert, dass du Drag Race machen kannst. Also eben kurze, impulsive Beschleunigung. Das heißt, die Akkutemperatur muss eben dementsprechend sein, dass du kurze, starke Impulse setzen kannst und kurzzeitig eben die Leistung abrufen. Und hier steht suitable 30 bis 40 Grad. Da hast du die ideale Akkutemperatur. Die darf dann auch hoch sein, weil du ja nur kurz abrufst. Wenn du sagst, ich brauche aber den Drag Mode, dann ist die Temperatur 20 bis 30 Grad, auf die ihr den Akku bringt. Heißt in diesem Fall, wenn wir hier rüber gucken, 27 Grad, würde er tendenziell eher runterkühlen. Oder vielleicht jetzt gerade nicht. Kommt immer auch auf die Gegebenheiten an, weil hier steht ja suitable 20 bis 30 Grad. Wir sind ja gerade in diesem Fenster. Das deswegen, weil wenn du auf einen Track fährst und eher darauf aus bist, länger Konstantleistung abrufen zu können, muss der Akku ja in einem niedrigeren Temperaturbereich starten, damit nämlich die Leistung längerfristig abgerufen werden kann. Weil wenn du bei 20 Grad startest, hast du mehr Spielraum, bis der Akku 40 Grad erreicht. Startest du wiederum schon von Haus aus bei 35 Grad, hast du ja nicht so einen hohen Spielraum, lange Leistung abzurufen. Also das ist schon wirklich echt krass. Hier siehst du die Torque Distribution. Hier hast du so ein Circuit Ding mit Lap Timer. Du hast sogar eine Funktion und die ist halt mal richtig krass, dass nämlich der Wagen Kurvenschilder erkennt und dann sagt, hey, pass auf, da kommt eine Kurve. Du könntest ja jetzt eigentlich in den Race Modus wechseln, weil du dann einfach besser die Kurven nehmen kannst. Also das nennt sich N-Sense, also so wie Sinn, ein Sinn, der sozusagen, also ein zusätzlicher Sinn vom Auto, der, also so wie Sinnesorgan, der die Schilder erkennt und sagt, hey, hier kommen Kurven, willst du nicht vielleicht ein bisschen so den Arsch kommen lassen oder so? Das ist doch auf jeden Fall geil. N-Pedal ist auch dafür gedacht, dass du das nur auf Racetracks nutzt, denn das Pedal ist so eben adaptiert, dass du durch diese extrem starke Rekuperation dadurch schon eben Drifts einleiten kannst. Also es ist eine wesentlich stärkere Rekuperation, soll das sein, als man das bisher von Autos kennt, indem es sogar sagt, hey, nutze das am besten tatsächlich nur auf der Rennstrecke. For track driving, the motor and battery are cooled to the maximum, which can cause noise. Frequent use of N-Rays can weaken battery durability. So, das ist klar, das nutzt man dann halt nur für die Rennstrecke. Dann den N-Drift Optimizer hatten wir schon und dann den N-Torque Distributor. Auch natürlich nur auf Racetracks. Also das ist schon echt eine geile Sache, was du hier so einstellen kannst. Genau das wollen doch Freaks, die halt so gerne so abrufen. Hier hast du Motor-Setup, Steering-Setup, Dämpfungs-Setup, Sport Plus. Hier das ELSD, was ich euch gerade erklärt habe, auch Sport Plus. Das ist sozusagen die schärfste Variante hier. Hier kannst du das Head-Up-Display dann sozusagen auf Sport oder auf Normal stellen in seiner Anzeige. N-Launch Control kannst du aktivieren, damit es in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 geht. Hier nochmal die Performance Options, Road Grip Level. Schau mal, was du hier alles einstellen kannst. Und hier ist der Hauptaspekt in diesem Video, zu dem wir kommen, und das ist N-E-Shift. Wisst ihr, wie krass das ist? Wenn ihr das aktiviert, Alert Sound und dann Activate, dann wird die Rekuperationsfunktion hier weggenommen von den Schaltpedals. Und das ist das erste Elektroauto, das durch die Schaltpedals tatsächlich schaltet. Aber nicht schaltet, sondern schalten simuliert. Wie macht er das? Es wird ins Drehzahlband eingegriffen. Wenn du das aktivierst, kannst du, wenn du auf der Rennstrecke fährst und sagst, okay, ich brauche die Gänge, ich brauche die Schaltvorgänge, ich brauche das, um es zu fühlen. Beim Elektroauto-Feeling, wo du nur einen Gang hast und immer die Leistung so kommt, kann ich das nicht so richtig fühlen. Und vor allem bei Lastwechseln, wenn ich eben durch ein Zurückschalten eben Drehzahl haben will, um dann irgendwie einen Drift einzuleiten oder aus der Kurve raus zu beschleunigen, kannst du das mit dem N-E-Shift, in dem das dann als Gangwahlhebel dient. Und du hast tatsächlich echte Achtgänge, die du dann schaltest, also es simuliert Achtgänge, wie das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe von Hyundai bei den N-Modellen. Das war so richtig... Und er greift auch so ins Drehzahlband ein, dass du diese Schubser hast vom Doppelkupplungsgetriebe beim Schalten. Das ist sowas von krass, dass die sowas gemacht haben, weil sie haben ja halt keine Gänge, aber es simuliert das. Und das soll dir helfen bei dem Performance-Abruf. Und du kannst sogar, wenn du sagst, ich schalte jetzt nicht hoch, fährst du in den Drehzahlbegrenzer. Das dreht bis 8000. Das siehst du hier dann auch. Und du machst das... So wie ihr das kennt halt, wenn man nicht hochschaltet und in den Drehzahlbegrenzer fährt. Das ist unglaublich geil und finde ich unglaublich wichtig für Menschen, die das gerne abrufen wollen, einfach zu schalten. Du kannst die Schaltpaddles für die Rekuperation tatsächlich umprogrammieren auf eine 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe-Schaltungs-Simulation. Aber das ist ja egal in dem Fall. Die haben auch gesagt, dass wenn man dir die Augen verbindet und du nicht weißt, dass du hier drin sitzt in einem Elektroauto, könntest du vielleicht gar nicht sagen, dass du nicht im Verbrenner sitzt, weil du hast hier auch den N-Sound. Das ist so das Ding, wo ich sage, den Ninja mit dem Sumoringa zu kombinieren. Ich finde dieses Sound so ein bisschen überflüssig. Aber ja, also letzten Endes kannst du hier halt so verschiedene Sounds aktivieren, die dir dann über die Bruse-Lautsprecher so ein ganz besonderes Erlebnis geben. Und hier ist das Road Sense, was ich gerade gesagt habe, wenn du da Verkehrszeichen liest und dann halt hier natürlich die Battery Conditioning. Drag und Track kannst du hier auch machen, wo ihr hier natürlich auch wieder optimiert. Das hatten wir ja auch schon, dieses Thema. Und die N-Launch-Control. Also eine krasse, krasse, krasse Sache, Leute. Wirklich. Die Innenraumgestaltung finde ich super gut. Viel wertiger als auch bisher. Das ist gut, das ist gut, das ist einfach ein Performance-Auto. Die Rennschalensitze zeige ich euch nochmal schnell. Da filmt der Francesco mal drauf, während ich aussteige. Und da siehst du hier eine Mischung aus sowas wie Alcantara, beziehungsweise Velour und Leder mit einem beleuchteten Endzeichen. Sieht mega aus, bietet richtige Stabilität. Sind richtige Schalensitze, so wie das in so einem Auto sein muss. Und natürlich auch mechanisch verstellbar an dieser Stelle, um da natürlich auch dieses Racing-Feeling entsprechend zu haben. Cup-Holder hier unten, das ist jetzt eigentlich uninteressant. Es geht ja hier um die Performance, wie gesagt. Also das mit den Gängen, das ist schon eine richtig kranke Nummer, Leute. Und Hyundai hat es zuerst gemacht. Rücksitz-Check noch schnell und dann sind wir fertig. Kurzer Rücksitz-Bank-Check, weil auch in diesem Auto wird wahrscheinlich die Familie mal Platz nehmen. Schaut mal, wie viel Platz ich habe. Ich wundere mich gerade echt hinter mir selbst. Für die, die mich nicht kennen und das erste Mal gucken, ich bin 1,88 Meter, habe wieder kurze Hosen an. Was mein Vater mir verboten hat für Videos, weil es kacke aussieht. Aber es ist einfach zu heiß. Schau mal, hier fast zwei Carmaniac-Fäuste. Also hier ist mehr als genug Platz. Kein Kardan-Tunnel natürlich. Hier alles sehr viel Freiheit. Und sitzt sich auch gut. Ich kann auch aufrecht sitzen, aber mein Kopf berührt dann die Decke. Und wir haben hier nochmal so Jalousien zum Zumachen. Und ich habe hier auf jeden Fall genug Platz. Wir haben Isofix-Punkte hier hinten vorne in der Rennschalen-Sitz-Thematik. Natürlich nicht, aber hier hinten schon. Also zwei Isofix-Punkte. Hier sind die Bügel zwischen den Sitzen. Kannst du also auch Kindersitze befestigen. Und die werden auch Platz haben, weil hier eben genug Platz ist für eine Station, wo auch die Beine der Kinder Platz haben. Finde ich also sehr gut. Platztechnisch ist das top, bis auf der Kofferraum. Der halt jetzt ein bisschen kleiner ausfällt. Aber das kann man verkraften bei so einem Fahrzeug mit so viel Power, wo der Fokus woanders liegt, denke ich. Oder was meint ihr? So, das war es mit dem Ioniq 5N. Ihr könnt mir jetzt eure Meinung munter und fröhlich in den Kommentaren zu diesem Auto sagen, zu diesem Performance-Monster. Ich bin schon sehr gespannt. Würdet ihr den IW6 GT nehmen oder den hier oder doch einen Tesla oder doch irgendwie einen BMW i4 M50, so rum ist es gesagt. Weil wir haben ja noch nicht über die Preise geredet. Das möchte ich euch auch noch natürlich nachschießen hier im Fazit. Also Preise haben sie noch nicht kommuniziert. Aber wir können jetzt mal so eine Richtung weisen. Und zwar, wenn wir Richtung Hyundai i30 gucken, da gibt es ja auch den i30N. Und da ist es so, 30.000 Euro kostet der i30 im Grundpreis und 33.690. Also es ist ein 3.000 Euro Unterschied zwischen i30 und i30N. Wenn man aber auf den Fastback geht, also mit dieser Coupé-Form, der auch sehr beliebt ist, weil er sehr schön ist, da ist die Preisdifferenz zwischen normalen i30 und i30 Fastback N bei 7.000 Euro. Und ich vermute mal stark, dass man hier auch in diese Richtung gehen wird, weil Hyundai gesagt hat, wir wollen bei diesem Auto die N-DNA auch in dieser Preisgestaltung aufrechterhalten. Nämlich, dass es trotzdem noch erschwinglich sein soll. Das ist jetzt natürlich relativ zu sehen, weil das Auto ja doppelt so teuer ist im Grundpreis schon, der Ioniq 5 als ein i30. Weil der Ioniq 5 mit großer Batterie und Allradantrieb liegt momentan, glaube ich, also ohne N, bei 61.000 Euro und ein paar zerquetschten. Wenn du jetzt natürlich noch das N nimmst, wirst du hier wahrscheinlich bei knapp unter 70 landen. Ich vermute mal so 67.000, 68.000 wird er kosten. Und dann, wenn du noch ein bisschen Schnickschnack dazu nimmst, was ja nicht mehr so, ist nicht mehr so viel Luft nach oben, aber so 72.000, 73.000 wird er schon kosten können. Vermute ich mal, sagen wir mal 75.000 vielleicht. Ist jetzt nur Mutmaßung, wenn ich mich an den anderen N-Modellen von Hyundai orientiere. Das ist aber ein super fairer Preis. Also es ist nicht günstig. Dann kommen jetzt wieder alle, die sagen, wie soll ich mir das als Familienvater leisten können. Klar, dann brauchst du halt keinen Ioniq 5N. Ist ja klar, es gibt ja auch günstigere Fahrzeuge, nur halt nicht natürlich in dem Performance-Bereich. Das ist nach wie vor so, dass der Verbrenner logischerweise auch als Performance-Auto, vor allem, weil es da viele Gebrauchte gibt, einfach günstiger ist, als ein Elektroauto auch noch mit dieser Performance. Aber für 650 PS, für all die Anpassungen, die hier gemacht worden sind, mit der ganzen Hardware, mit den Kühlungen, mit der ganzen Technik, sind 72.000 Euro deswegen nicht viel, weil ihr mir ja jetzt gerne noch in den Kommentaren eine Verbrenner-Alternative nennen könnt, die das kann, was der kann, nur aus der Verbrennerwelt für 72K, voll ausgestattet. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel ein. Also BMW M2 Competition, auch wenn ein kleineres Auto, der neue, den kriegst du ja auch auf 85,90. Voll ausgestattet. Und er hat dann keine 650 PS. Also wie gesagt, schaut vorbei auf Evium. Da findet ihr natürlich auch günstigere Autos, logischerweise, weil gebraucht oder eben Vorführer. Spezialangebot für den Smart Hashtag One. Sag ich auch immer wieder dazu, weil das ist ein begrenztes Kontingent. Also solltet ihr da natürlich zugreifen, wenn euch dieses Auto interessiert. Ansonsten müsst ihr auch da nichts kaufen an Autos. Davon habe ich auch nichts. Sondern ihr könnt alternativ euch auch umgucken. Es gibt zu jedem Auto ein Video von mir. Es gibt den Kostenvergleichsrechner, den Ladesäulenfeinder. Das soll euch ja so als Hilfeleistung dienen, wenn ihr eben gerade aus der Verbrennerwelt kommt und euch für Elektroautos interessiert. Also schaut vorbei auf Evium. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig, egal was ihr sucht. Und dann, vielen Dank Hyundai, dass ihr das Wort Performance genau richtig in die Elektromobilität gebracht habt und sozusagen den Verbrennerfahrern, die Elektroautogegner sind, zum Beispiel wegen Gangschaltung, einfach komplett den Wind aus den Segeln genommen habt. Tschö, Mitte! Tschö!